Servus Leute, ich möchte euch heute mal unseren Hotpot vorstellen. Unser Hotpot ist zur Abholung bereit, jederzeit und eine Lieferung wäre auch möglich. Mit unserem Hotpot wird mitgeliefert eine Truhe voll Holz und ihr seht auch hinter mir schon den Kamin mit dem Ofen. Nach ungefähr drei Stunden befeuern ist das Wasser mit 35 Grad in der perfekten Temperatur, um schon mal einzusteigen und ein kleines Bad zu genießen. Nach einer kurzen Ausrichtphase kann Hotpot auch schon mit Wasser befüllt werden. Mit einem heimischen Gattenschlauch dauert es ungefähr eineinhalb Stunden, bis ihr den Ofen anheizen könnt und dann zu sechst Platz hier drin findet, sodass eure Party perfekt steigen kann.